für deine präsentation kannst du auch direkt von powerpoint eine aufnahme machen und das könnte sehr interessant sein denn powerpoint bietet dafür sehr spannende features wie das geht mit powerpoint deine präsentation aufzunehmen das zeige ich dir jetzt zunächst einmal gehe ich in das powerpoint rein in die präsentation und da gibt es die möglichkeit hier oben wie man sieht ein bild von sich einzufügen also seine kamera mit der derzeitigen powerpoint präsentation zu verknüpfen und zwar geht das so indem man hier bei einfügen der den befehl cameo wählt also ich kann hier eins oder sogar mehrere bilder von mir einfügen und damit kann ich hier sagen erst mal zeigt das kamera nicht oder nicht ich wähle dann die richtige webcam an und dann kann ich hier noch auch das format wählen wie es ausschauen soll möchte ich es viereckig haben möchte ich jetzt mit rand haben oder möchte ich dass er so ein bisschen mit einem soften mit einer soften abstufung hier haben und das kann ich dann jetzt also in die folie rein machen wenn ich jetzt die präsentation starte die bildschirm präsentation kann ich noch ein zusätzliches interessantes ein feature anwenden und zwar gibt es das hier bei der bildschirm präsentation das ist der untertitel den man live kreieren kann aus powerpoint das sind die untertitel einstellungen wo ich sage hier zum beispiel ich möchte über die folie einen untertitel haben also in dem verein übertitel und welche sprache ich nehme und welche welche gesprochene sprache überhaupt erkannt wird ein besonderer fall ist zum beispiel wenn ich jetzt sage ich möchte jetzt eine präsentation auf deutsch halten aber gleichzeitig auf dänisch übersetzen dann kann ich jetzt wenn ich das einstelle die hier präsentation starte bildschirm präsentation starten dann kann ich also sagen hallo und willkommen bei dieser präsentation und es wird dann oben gleichzeitig in die jeweilige sprache übersetzt diese präsentation könnte man jetzt über ecamm als wie ich das jetzt ja auch gerade mache als präsentation aufzeichnen also powerpoint hat keine möglichkeit das direkt aufzunehmen aber es ist schon mal sehr interessant wenn du einen guten bildschirm hast und ein einigermaßen schnellen rechner das dann so aufzunehmen weil du kannst jetzt ganz normal in deiner präsentation vorangehen zum beispiel hier jetzt die dinge präsentieren die du präsentieren möchtest und dann wird das live dann übersetzt in die jeweilige sprache in diesem fall ein lieber gruß an alle aus dänemark und das ist eine möglichkeit wie du ganz schnell und unkompliziert aufgrund von einer präsentation dein video aufnehmen kannst und trotzdem in direktem blickkontakt bist und einen attraktiven inhalt gestaltest ich wünsche dir viel spaß dabei